Prozent ja aber dann konnte ich den Sprung nicht machen weil ich dann drüber gefühlt also nicht über ja endlich Regen hat aufgehört welch wohl der Führer und für die Sicht Let's fail mit X Label ich war das nicht wer war es dann meine Hand der hat die Maus geklickt das regt mich auf dein Ernst ich habe jetzt nichts gemacht jetzt habe ich was gemacht okay hör auf sagst du mal ja du fängst ja wieder an ich war drauf oh man wie lang geht von wegen kurzes ich habe gesagt lang bis mittel kurz ja muss sagen ich glaube nach zwei Stunden haben wir da keine Lust mehr drauf ich glaube auch aber dann machen wir eine Pause und dann ist gut zwei Stunden da wir spielen die ja nicht in einem Zug durch bist du dumm ich kenne Maps die spielst du in einem Zug durch ja das sind dann so zwei Minuten Maps oder nee die gehen dann schon irgendwie eine Stunde oder so aber das ist ja nicht auch zu schwierig halt regst mich auf Alter ich war oben ja du hast mich geschlagen ich bin drauf ich habe vergessen aufzunehmen ich bin drauf lass es doch lass es einfach ich komm da hoch ich komm da hoch ja ok ich lass ich gönne es dir schnell und ja nein ohne scheiß ohne scheiß was muss man denn jetzt machen spring vielleicht ein Kaktussprung aaaah nein ok ich bin dann untergefallen alles von vorne da vorne wäre der Checkpoint gewesen naaaah ich schaff diesen Sprung nicht verdammt jetzt muss ich das alles nochmal von vorne machen deprimierend lol welchen Sprung denn ja du schaffst ihn auch nicht habe ich ja vorher aber der ist recht schwierig alter hör doch auf hör doch einfach auf der troll unter den youtuber ja nein 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 weiß was jetzt machen nein was halt hör auf hör auf ok was machen wir äh also ich mach das jetzt noch warte hier guck hast du gesehen Checkpoint ja sonst ist es zu schwierig den Sprung schafft mal einmal in 10 Milliarden ja ne alter wie machst du das ich hasse das anleiten ja das ist voll einfach mit den Leitern aber der eine große Sprung der ist halt scheiße scheiße ich bin weggerutscht lol ok ähm mach dich wieder mal gm oder 1 ne gno bin ich ok jetzt rege ich mich langsam auf langsam abo sicher ist lucio und mach mal den goldblock weg aus seiner hand habe ich gut dein Ernst ich bin runtergefallen äh gay ja Checkpoint entweder ich nenne es Let's Fail oder ich nenne es Let's Cheat lolol ähm Checkpoint ich bin drüben warte kurz ich schau mal weit was wird denn das verstehe ich nicht du verstehst gar nichts wir sollten nachher noch eine Runde MW2 aufnehmen zur Abreagierung Dings da aufnehmen nicht spielen schon warum nicht mehr aufnehmen keine Ahnung nicht Spoiler ah egal komm rüber oder willst du das noch machen warte mal mhm du warst also doch kreativ nein jetzt bin ich kreativ so ich schau mal was du machst lol passt die ganze Map um ich glaube am Ende sprengen wir die ja Siki oder es gibt dann Special das große Map Special Spreng Spezial Spreng so wieder und dir zuschauen wie du feilst ich nehme jedes Mal wenn ich die Leiter hochgehe und den scheiß Goldblock auf so über den Kaktus oder auf den Kaktus auf den Kaktus und sofort weiterspringen so ich habe probiert über den Kaktus zu springen ne das geht nicht also das geht schon aber das bringt nichts na gut dafür dass meine erste Adventure Map ist sieht ups tp mich mal oh erstmal zerstören ich sehe nichts hier Kaktus ne ok machen wir weiter ja warte hier dein Kaktus du hast den Kaktus vergessen du hast den Kaktus vergessen und meister soll lol raus was muss man denn hier machen auf die Türen springen so ach so nein dein Ernst schon wieder so ein epischer kreis ne der war nicht episch den bringt checkpoint starts betten da hat's betten Mama ok ich hab ein checkpoint aktiviert wie auch immer kommst du warte mal kurz so wo ich denn der ja ok wir müssen kurz die Aufnahme unterbrechen müssen wir müssen ok also müssen nicht äh ich kann auch hier AFK rumstehen aber ich glaub das ist nicht so geil zu lange ne ja zwei Minuten ok äh soll ich kurz AFK rumstehen ja kannst du ja wenn du willst kannst du ja rausschneiden bei dir ich mach bei mir einfach weiter als ob ich rausschneide ey egal stehst einfach rum ich sag schon was ja ich müde mich kurz in Skype und ja ich sag schon was tschüssi bis gleich zu schauach tschüss 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 tsch machen ach so jetzt verstehe ich da hat es eine leiter da muss ich jetzt so hoch und springen und hübsch nein okay funktioniert nicht doch mal noch mal habe ich gesagt und hübsch und hübsch und schon sind wir oben 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 verstehe ich jetzt nicht muss ich jetzt da aber nicht so viele ich bin ich auch schon ein bisschen weiter gemacht ich sehe es nicht kriegt nicht mehr die ersten dinge regst dich wieder auf ja das geht nicht und dann hört er auf zu sprinten regst dich wohl auf dann springe ich schon wieder gegen den deckel das geht nicht versuch doch einfach ich schaue dir jetzt zu ja es geht doch okay geht nicht da muss das nur versuchen ich kann es auch ich konnte es auch sagen wir so ja du bist hier auch unser ich war drauf kannst du mich gut teleportieren aber nicht laufen wohin sind ja dahin macht dann aufgeben macht einfach weiter egal ich schaue dir jetzt einfach zu und lasse mich kaputt das wird dein letzt zerstört die map ok ich mute sagen wenn man mein handy nicht denn sie ist dann ruhig in dieser afg so gemütet alter ich und staunt über die kacke drüber so ach komm das schaffst du ich bin schon wieder drüber gerutscht sondern sonst gehe einfach auf der seite rein dann kannst du weitermachen ok was auf der seite mal warten mein herzlicher hat sich verabschieden denn es ist ein internet oder seins denn es okay es könnte man es nicht gewesen sein bis gleich leute ihr 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 Vielen Dank.